Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Ich bin heute wieder auf Reliktjagd in Wrodgar. Die Quest dazu verlinke ich auch unten im Text und dazugehörig gibt es auch eine Errungenschaft, passenderweise Reliktjägerin Wrodgas. Wir müssen hier einige Items sammeln, kennen wir ja schon von anderen Quests und wir sind heute auf der Suche nach Nuzavas Amboss. Immer relativ einfach, wenn man Meppens hat, aber für die, die es eben nicht haben oder nicht nutzen wollen, zeige ich euch heute, wo ihr diesen Amboss finden könnt. Das ist wirklich ein Relikt, was super einfach und super schnell eingesammelt werden kann und zwar nehmt ihr dafür den Wegschrein der Eisküste, bewegt euch hier so ein Stück nach rechts oben Richtung von dem Fluss oder der Brücke, wie auch immer und dann seht ihr da hinten diesen Wagen und da müssen wir hin. Der wird natürlich hier so ein bisschen bewacht, das heißt, da müssen wir erst mal ein bisschen für Ordnung sorgen. Aber das haben wir schnell erledigt. A3 sind es, der dritte ist gerade auch noch mal gekommen. So, Ruhe im Karton. Und wenn wir dann hinter diesen Wagen gehen, dann haben wir hier schon Nuzavas Amboss. Immer wenn ihr in der Welt von Tamriel irgendwas seht, was so glitzert. Auf alle Fälle mitnehmen gehört immer zu irgendeiner Quest. Und es ist auch überhaupt gar kein Problem, wenn ihr es einsammelt, obwohl ihr die Quest noch nicht habt. Das könnt ihr dann hinterher noch erledigen. Das heißt, ich untersuche hier das Item. Damit nehme ich es dann auf. Dann ist es aber erst mal nur in meinem Inventar. Das heißt also, wenn wir uns jetzt diese Errungenschaft nochmal anschauen, dann ist es noch nicht abgehakt. Abgehakt ist es wirklich erst dann. Genau wie bei den anderen Quests auch, wenn ich es dann abgegeben habe. Das war's zu dem Amboss. Kurz und knackig. Der ging wirklich schnell. Und wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow. Und sagt damit Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.